Wir haben zu leid! Ah! Na, wieder zurück? Hm, ich war da gar nicht weg. Ich auch nicht. Was ist denn los mit dir? Nichts, gar nichts. Guckst du komisch? Nee, alles super. Hey Sven, alles klar? Geil hier, oder? Hey, hey Leute! Guckt mal hier, das müsst ihr euch angucken! Guckt mal hier! So, was ist denn los? Sag mal, wo erkennt ihr beide euch eigentlich? Siehst du, was ich nicht hier? Nee. Was ist denn da los? Seid ehrlich, wo erkennt ihr euch? Ihnen, nein! Ah! Also! Wem gehört der Pimmel, hä? Wem gehört der Pimmel? Aber noch ein bisschen auf die Wachwandwand. Los, los! Wessen Pimmel ist das? Steiner! Oh, das ist einer! Komm, gib zu, Mann! Oh, ab, ey! Sven, das ist deiner! Nee! Ja, doch, warum her gibst du das? Nein, bitte! Komm, lass den Scheiß! Das ist echt nicht lustig! Sven, gibst es her! Das ist echt nicht mehr witzig jetzt! Sven, gibst den Scheiß-Penis-Herrmann!